Unbequeme Nachbarschaft, Kunst an der Grundstücks- und Geschmacksgrenze. Als Denkmal der Schande hat Björn Höcke vor knapp einem Jahr das Berliner Holocaust-Mahnmal bezeichnet. Jetzt soll der Thüringer AfD-Chef dafür Busse tun. So zumindest sieht das das Zentrum für politische Schönheit. Es ist eine besonders umstrittene Aktion des Berliner Künstlerkollektivs, das auch schon Flüchtlingstote exhumiert und nach Berlin überführt hat. Begonnen hat alles ganz unscheinbar am 8. Mai 2009, als Zentrumsleiter Philipp Ruch seine Thesen zu Kunst und Politik an den Deutschen Bundestag geschlagen hat. Ziel sei es, ich zitiere, die höchste Form aller Künste ins Werk zu setzen, gute und schöne Politik. Acht Jahre später steht jetzt in Björn Höckes Vorgarten das Berliner Holocaust-Mahnmal Lothar Schüler. Im Zentrum der Hauptstadt Berlin. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Es soll die Erinnerung an den Holocaust wachhalten. Der Ort ist Mahnmal. Kein Kunstwerk. Im Zentrum des ländlichen Ortes Bornhagen im thüringischen Eichsfeld. Das nachgebaute Mahnmal von Aktivisten des Zentrums für politische Schönheit. Eine Kunstaktion als Mahnung an das hier wohnende AfD-Mitglied Björn Höcke. Doch ist das wirklich Kunst? Es ist so eine Kunst eigentlich auf Bild-Zeitungs-Niveau. Hauptsache die Schlagzeilen sind möglichst fett. Hauptsache die Emotionen kochen hoch. Am Ende sind die Höcke-Anhänger bestätigt in ihrer Auffassung, dass ohnehin das sogenannte linksversiffte System nichts anderes plant, als die Leute zu unterwerfen und zu zwingen unter ihre Wertvorstellung. Und umgekehrt, die ZPS-Leute haben sich auch wieder darin bestätigt, dass die AfD-Leute und die Anhänger eben auch nur verbohrte Fanatiker sind und denen eigentlich nicht zu helfen ist. Haben das Mahnmal in Berlin und sein Nachbau in Bornhagen etwas gemeinsam? Im labyrinthartigen Gang durch das Berliner Stehlenfeld kann man sich verirren. Doch in Bornhagen soll es nur um den Anwohner Björn Höcke gehen. Der Nachbau soll ihn zur Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte zwingen. Ich bin erstaunt darüber, dass das Zentrum für politische Schönheit aus dem Mahnmal eigentlich eine Art Strafmal macht. Und ja eigentlich das Holocaust-Mahnmal aus Berlin funktionalisiert, um eine relativ vordergründige politische Botschaft loszuwerden, statt das Mahnmal in seiner Komplexität und Amivalenz auch ernst zu nehmen. Die Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit haben den Wohnort Höckes für ihre Aktion zweckentfremdet. Eine zweifelhafte Aktion, als Folge eines mehr als zweifelhaften Anlass. Der AfD-Politiker nannte das Berliner Mahnmal einen Ort der Schande. Viele verstehen das als Verharmlosung des Holocaust, moralisch nicht hinzunehmen. Das Zentrum für politische Schönheit richtet seine Kameras auf ihn. Doch ist dies nicht ebenfalls mehr als fragwürdig? Das Publikum sind ja vor allem wir, also auch die Leute, die jetzt diese Sendung sehen, sind das Publikum dieser Aktion. Ganz wichtig ist die mediale Verbreitung. Aufmerksamkeit ist für das Zentrum für politische Schönheit eigentlich alles, ist die zentrale Währung. Und insofern geht es auch vor allem um diese Art von Erregung. Interessanterweise sind die Mitglieder des Zentrums auch öfter mal auf Kongresse eingeladen, wo Werbeveranstalter gucken, welche Strategien wir eigentlich am besten durchdringen. Und insofern sind sie tatsächlich vor allem auch Botschafter in diesem Sinne. Dem Zentrum für politische Schönheit wurde der Mietvertrag gekündigt. Doch das Mahnmal wird wohl noch ganz schön lange stehen bleiben. Jetzt ist er mein Gesprächsgast, der Gründer und Leiter des Zentrums für politische Schönheit. Bei öffentlichen Auftritten trägt er immer Rußspuren im Gesicht. Der Ruß würde bei der Kollision zwischen Geschichte und Öffentlichkeit entstehen, hat er einmal gesagt. Philipp Ruch, herzlich willkommen in Berlin. Einen schönen guten Abend. Herr Ruch, mit Ihrer jüngsten Aktion wollen Sie den AfD-Politiker Björn Höcke dazu zwingen, sich vor dem Holocaust-Mahnmal in Berlin oder dem Nachbauer in seinem Nachbargarten niederzuknien. Heute haben Sie diese Forderung zurückgezogen. Haben Sie aufgegeben? Nein, gar nicht. Aber es ist einfach klar, dass Unverbesserliche auch wir nicht verbessern können. Und er hat unser Wochenende als terroristische Vereinigung bezeichnet und als Terroristen. Von daher müssen wir die Realität ja auch zur Kenntnis nehmen und damit umgehen mit der Wirklichkeit, dass er den nicht machen wird und wir ihn nicht weiter fordern müssen. Wir haben ja genug gegen ihn in der Hand. Die Aktion ist auch ästhetisch sehr umstritten. Der Zeitschornalist Hanno Rauterberg hat Ihnen im Beitrag, den wir gerade gesehen haben, vorgeworfen, das Ganze hätte nur Bild-Zeitungsniveau. Es ginge Ihnen nur um die gute Schlagzeile und nicht um Nachhaltigkeit. Wie sehen Sie das? Ja, der Herr Rauterberg hat eine lange Geschichte, eine große Liebe und Affinität zur politischen Kunst der Gegenwart. Politische Aktionskunst sagt ihm eigentlich überhaupt nichts. In dem Sinne müsste man jetzt auch sagen, dass an der Bild-Zeitung vielleicht nicht alles schlecht ist. Immerhin hat Hanno Rauterberg das Kunststück fertiggebracht bei einer unserer größten Aktionen, die Toten kommen, den Lesern der Zeit zu unterschlagen, dass wir Flüchtlinge beerdigt haben. Nur um seine These aufrechtzuerhalten, dass es bei uns nur um Symbolik gehe. Unabhängig davon, was Sie von Hanno Rauterberg halten, ich möchte auch noch auf einen Aspekt dieser Aktion zu sprechen kommen. Nämlich, Ihr Zentrum sagt, Björn Höcke wurde zehn Monate lang observiert vom Zentrum für politische Schönheit, um dann die Informationen öffentlich zu machen und ihn dazu zu zwingen zu diesem Kniefall. Stimmt diese Geschichte? Ja, also wir wissen alles. Aber was unterscheidet Sie da noch von einem Erpresser? Naja, also mit Erpressung haben wir so unsere Erfahrungen. Also wenn Sie sich die großen Aktionen anschauen, wie Flüchtlinge fressen beispielsweise, da haben wir versucht, die Bundesregierung zu erpressen. Das ist jetzt ein Vorwurf, der gerade, Sie wissen, Herr Höcke, ist einer der profiliertesten Rechtsradikalen in diesem Land, nicht greifen wird. Ja, aber Herr Ruch, ist Ihnen wirklich jedes Mittel recht, um Ihre Ziele zu erreichen? Na, was heißt jedes Mittel recht? Also Sie wissen, dass er im Januar diese Dresdner Rede gehalten hat, wo er wirklich auch für uns in unserer Warte eine rote Linie überschritten hat. Die Kunst braucht immer etwas länger. Also mir scheint der Eindruck sich ergeben zu haben, dass bis zu unserer Aktion die Wogen doch etwas wieder abgeklungen sind und die Empörung über diese Dresdner Rede, in der das Holocaust man mal als Denkmal der Schande bezeichnet hatte und unter anderem meinte, dass die Aufarbeitung des Holocaust die deutsche Geschichte mies und lächerlich machen würde. Und die Kunst braucht vielleicht etwas länger, um darüber zu reflektieren und sich damit auseinanderzusetzen. In unseren Augen ist es aber so, dass das nicht zu akzeptieren ist und dass wir das auch nicht auf sich beruhen lassen können. Also wenn wir das auf sich beruhen lassen, diese Rede, diese wirklich Rede, die auch im geschichtlichen Kontext einen an einiges erinnert aus den 30er Jahren, dann können wir eigentlich alles auf sich beruhen lassen. Und wir wissen ja schon durch Gauland, der selber den Satz geprägt hat, dass man doch stolz sein soll auf die Leistungen deutscher Soldaten in den Zwei-Welt-Kriegen. Herr Ruh, Sie haben ja recht, dass diese Rede jetzt wieder im Zentrum steht. Gleichzeitig haben Sie es ermöglicht, Herrn Höcke, sich als Opfer darzustellen, als jemand, der verfolgt wird und beobachtet wird und dessen Grundrechte vielleicht missachtet werden. Ist das noch politische Schönheit, nach der Sie trachten? Also wir haben mit Sicherheit nicht Herrn Höcke die Rolle zugewiesen, sich als Opfer zu inszenieren. Das macht er immer noch selber. Aber Sie haben es ihm ermöglicht. Naja, also sagen wir mal so, was ist denn die Möglichkeit, wenn man sich künstlerisch mit Aktionskunst auseinandersetzen will mit dem rechtsradikalen Höcke? Was kann man dann tun? Und das impliziert manchmal in unseren Augen etwas, dass man das doch einfach lassen soll. Ja, man hilft ihnen eh, man macht sie stärker. In unseren Augen ist es umgekehrt. Also es ist nicht so, dass diese Aktion Höcke stärker macht, sondern es ist eigentlich so, dass sie die Zivilgesellschaft stärker gemacht hat, genau genommen. Es sind tausende Menschen, die dieses Mahnmal jetzt finanziert haben und die damit auch durchaus ihren Willen bekunden, dass es da zu stehen hat. Und von daher, also die Opferinszenierung nehmen wir ihm so nicht ab und die glaubt er sich selber wohl kaum. Aber diese Rolle, wir haben nicht alle unser gesamtes Ensemble, wir machen ja immer noch Theater, wir haben nicht unser gesamtes Ensemble im Griff. Die Auftritte organisieren sich die Darsteller meistens selbst und sie stürmen auch selbst auf die Bühne. Meistens auch mit Texten, die sie selber geschrieben haben. Darüber sind wir sehr glücklich. Sie sprechen über die Rolle, die jetzt Herr Höcke einnimmt, aber ist die Rolle, die Sie einnehmen, nicht auch sehr selbstgerecht? Wie ist es diese Selbstermächtigung, jemanden zu überwachen? Naja, also seit wir das gehört haben, dass das im Osten des Landes insbesondere auf große Sensibilitäten stößt, wollen wir das nicht mehr als Überwachung verstanden wissen, sondern als Beobachtung. Also der zivilgesellschaftliche Verfassungsschutz, den haben wir gegründet, weil der thüringische Verfassungsschutz, wie Sie vielleicht wissen, nach dem NSU-Debakel verstrickt war da drin. Er hat den NSU gedeckt, er hat die Terrormordtaten gedeckt des NSU, der thüringische Verfassungsschutz und er hat danach als direkte Folge die Waffen gestreckt. Das heißt, Personenüberwachung findet nach übereinstimmender Meinung von allen Experten in Thüringen nicht mehr statt. Und in Thüringen ist die Herzkammer des militanten Rechtsextremismus in Deutschland. Aber kann man vorher mit Feuer bekämpfen, was Sie jetzt vorschlagen? Naja, also wenn wir dort keine Personenüberwachung haben, bei Herrn Höcke, bei Herrn Kubitschek, bei Herrn Thorsten Heise, wir alle leben doch in einem Land, in dem wir davon ausgehen, dass Salafisten und Rechtsterroristen genauso wie Linksterroristen überwacht werden. Und wenn das nicht geschieht, muss das, glaube ich, in die Köpfe und darf durchaus von der Kunst auch thematisiert werden. Und ich habe gelernt früher im Unterricht, dass dort, wo der Staat versagt, die Zivilgesellschaft einspringen muss. Herr Hoch, ich sehe, Sie sind zu vielen bereit. Eine letzte Frage. Die Aktion hat durch den Verzicht auf den Kniefall ein wichtiges dramaturgisches Element verloren, nämlich die Zielrichtung. Wie soll es denn jetzt weitergehen, kurz noch? Das würde ich bestreiten. Also Sie wissen vielleicht auch, dass am Wochenende der Reichsparteitag der AfD in Hannover stattfindet. Und Herr Höcke sich unter dem Tagesordnungspunkt 9 krönen lassen möchte in den Parteivorstand. Das ist eine Zäsur. Man kennt das NPD-Verbotsverfahren. Der Bundesgerichtshof hat auch gesagt, dass dieses Verbotsverfahren durchaus auf die AfD Anwendung finden würde, weil die AfD eben im zweistelligen Bereich Wählerstimmen kriegen kann. Und von daher ist die Zielachse weiter klar, die steile Karriere des Herrn Höcke. Herr Ruch, herzlichen Dank für das Gespräch und einen schönen Gruß nach Berlin. Danke. Danke sehr. Danke sehr.